Chameleon Reader Und siehst du, da sind so kleine Chameleons. Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Wer hat das gesagt? Du! Ja? Ist das cool? Ja! Jetzt lass die Bonnie einmal. Gib mal der Bonnie den Stift. Ich wollte gerade Kinga sagen. Hier, guck mal Bonnie. Hier drauf auf das Chameleon. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen... Wer redet denn da, Bonnie? Die Mama. Ja, ist das schön? Kann ich jetzt knacken? Ja. Learn more at chameleon-reader.com Eines und darin... Vielen Dank.